Wir haben dazu im sprachlichen Gebrauch Mühle gesagt. Ja, ich weiß. So, Christina Bontasch, jetzt gilt es auch für Sie, auch der Jürgen Deutschprung aus dem Rondat. Und auch Sie hat sicherlich noch die Möglichkeit, im zweiten Versuch vielleicht ein bisschen höher und ein bisschen dynamischer zu springen. Ich glaube, es ist sehr schwer für die Kampfrichter, bei so vielen guten Sprüngen einen Unterschied noch so genau zu finden. Sie hatte hier auch beim Ansprung die Beine etwas auseinander. Ja, sie bereitet sich auf die Landung vor und um vielleicht besser stehen zu können, nimmt sie die Beine auseinander. Ja, 9875, das bringt sie noch nicht an die Spitze. Sie müsste schon eine 9,95 Ton, um zu Tatjana Gutzu aufzuschließen, wenn ich das richtig im Kopf gerechnet habe. Passen wir auf. Wieder die Beine auseinander, noch ein Hüpfer. Ja, also das wird wohl nicht reichen. Dieser Spannung.